Sind wir bereit, bereit! Chonch 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 Taihit Chonch Chonch Chon Chon Chonch Chonch Tahit Chofn! Chon Chon Chonch Chonch Chai Chong hast du gerade gesagt? Chonch Chonch, genau! Werder Trainingslager im Zillertal und Feuer war auf dem Platz. Musik Mit dem Kirchenschlag wird Taichung ins Zillertal, wahrscheinlich vom Hubschrauber abgeseilt über dem Parkhotel. Du hast so viele gelbe Elefanten gesehen. Vielleicht. Dem stehen die Haare zu Berge. Der ist nicht nur flink auf den Beinen, der kann sich auch durchsetzen. Und wird auch dann ein, zwei Mal ordentlich rasiert. Werder hat man heute nicht auf dem Fußballplatz gesehen, denn Werder hat eine kleine Radtour gemacht durchs Zillertal. Was willst du, Foto wollen die haben oder was? Von mir. Von mir wollen alle Fotos haben, ja klar. Björn Angst hat, was ist denn? Ich hatte Angst heute Nacht und du lachst mich auch. So, jetzt auf geht's. Björn Angst hatte ich in der Nacht. Da hast du es nicht gehört. Und der vom Donnerwetter. Und ich habe dann danach, später am Nachmittag meinen Betreuer gefragt, ja, sind denn alle wieder heil nach Hause gekommen? Mein Betreuer? Nein, hier, Pieper! Ist das nicht mein Betreuer? Ich bin gespannt, wenn wir ihn das nächste Mal treffen und was er zu dir sagen soll. Aber gut, ja, du hast ihn gefragt. Also, ja, man nennt ihn auch hier Medien, äh, 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 äh. Leider, PR und Presse. Ja, also mein Betreuer. So, und der hat dann nämlich gesagt, als ich gefragt habe, sind alle wieder heil nach Hause. Wir finden keinen einzigen Termin kriegen wir hier mehr. Nichts mehr, gar nichts mehr. Jetzt lassen wir ihn mal ausprobieren. Und irgendwann auf einmal sagte er zu Niklas Höhlkrug, wenn du keinen Bock hast, dann geh doch. Und Niklas Höhlkrug hat kurz überlegt. Er war aber sehr kurz überlegt. Und dann hat er sein Leibchen ausgezogen, hat es dann niedergeschmissen, ist zum Platz gekommen. Ich will anders als gegen Last, wo wir einen Gegner hatten, der uns sehr hoch angepresst hat, Wollen wir die Frage nochmal machen? Weil das kriegt ihr ja alles nicht rauf mit dem Ton, ne? Dazu mache ich den Teil schon lange genug. Er sagt mir, also ich kann antworten. Es ist nur die Frage, ob ihr was davon habt. Nichts, ne? Dem scheint das aber Spaß zu machen, gerade. Und dann, Leo Bittencourt, ja, ballert. Ja, komm, guckt es euch an, das ist so geil. Ja, komm, guckt es euch an, das ist so geil. Ich glaube, man sieht, dass die Mannschaft lebt. Und das ist auch das, was so die Eindrücke auf dem Trainingsplatz widerspiegeln. Wir wollen diese Mentalität aufbauen. Wir wollen immer gewinnen, immer. Und wir hören niemals auf. Und wenn wir vom Platz runtergehen, wollen wir echt eine coole Truppe sein, die auch gut miteinander umgeht, wo Lockerheit da ist, wo ich auch gerne locker bin. Aber wenn wir da draufgehen, da muss es brennen. Ich bin Felix, Agu, Felix, Agu, einfach Felix, Agu, was willst du tun? Denn ich bin Felix, Agu, ich bin Felix, Agu, einfach Felix, Agu, und wer bist du? Ich bin Felix, Agu, Topspeed wie ein Zug. Und da kommt unser Zug, wir müssen uns beeilen. Janos, wenn du da drauf... Nein, wir springen nicht drauf. Nein, wir springen nicht. Nein, machen wir nicht. Alles Gute, tschüss zusammen. Ja, macht's gut, bis morgen. Ciao. Wir sehen uns wieder. Uns ist der Zug schon lange abgefahren, das sage ich dir. Für uns ist der Zug schon lange abgefahren. Für uns ist der Zug schon lange abgefahren. Aber richtig abgefahren. Und ich habe mir überlegt, wer von uns beide im Viergewinn verliert, fährt im gelben Elefantenkostüm, was ich sowieso fürs Karneval mal haben wollte, nach Hause. Wir werden uns so langsam auch wieder gehen, Heimat. Ja, aber da war noch was, Janosch, ne? Was war denn noch? Boah. Ich sage, Vier gewinnt. Oh nein, oh gern. Vier gewinnt. Da war was, ne? Ich dachte, du hast es vergessen. Nein. Nein. Das war ja nicht. Das war ja nicht.